Bauen begeistert uns Menschen, seit es Menschen gibt. Wir bauen, um uns unsterblich zu machen, um uns zu schützen, um Zeichen zu setzen, um neue Maßstäbe zu setzen oder uns mit anderen zu verbinden. Seit 1936 bauen wir von Wolf und Müller mit Begeisterung zukunftsweisende Bauwerke für die Anforderungen von morgen. Wir gewinnen unsere eigenen Baustoffe, bieten Dienstleistungen rund ums Bau und sind in ganz Deutschland präsent. Im Sinne unseres Firmengründers verbinden wir verantwortungsvolles Handeln und höhere Wirtschaftlichkeit. Das Gottlob-Müller-Prinzip der Nachhaltigkeit. So sind wir zum Beispiel das erste CO2-neutrale Bauunternehmen im Land. Bei Wolf und Müller arbeiten wir nach dem EPI-Prinzip. Effektiv planen und bauen, partnerschaftlich handeln, innovativ denken. Deshalb treiben wir die Digitalisierung voran und setzen konsequent auf digitales Planen und Bauen. So sparen wir Zeit, Energie und Kosten und schaffen gemeinsam mit unseren Kunden und Baupartnern Lösungen mit Mehrwert, die alle Beteiligten mit Stolz erfüllen. Dabei vertrauen wir immer auf unseren wichtigsten und besten Baustoff. Die Begeisterung fürs Bauen. Wolf und Müller. Bauen mit Begeisterung.